Let's rock! Coole Detektive liken! SALATSAUCE! Guck mal, ich hab meine kleinen Helmutter Tricks bei... Ich soll also Salatsoße liken? Ja, okay. Ach, ich hab gar keine. Rückwärts Salto! Wow, cool! Wohohoho! Ich glaub, ich schaff mir einen Hund an. Es ist alles außer Kontrolle geraten! Okay, vielleicht doch nicht. Wenn's außer Kontrolle gerät, hab ich Angst. Ja! 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 Die Minya den ultimativsten Kampf müssen auch mit der U-Bahn nach Hause bauen. Was denn jetzt los? Jetzt drehen sie alle durch. Hä? Waren jetzt neidisch, dass der die Gewinnerin abgekriegt hat? Vielleicht ist es ja seine Frau, man weiß es. Hey, Kackbohen! Du schlägst wohl gerne Frauen, hä? Hä? Das ist voll Kopf, man! Wir machen dich kaputt! Hab ich irgendwas verpasst? Der hat doch gar nichts gemacht! Oh, oh, oh! Jetzt wird's ernst! Hahahaha! Alles klar, Alter! Wie so ne Eule! Hä? Hä? Hahahaha! Ja! So würd ich das auch machen! Wenn ich's bei mir selber mache, tut's ja weh! Und wenn ich's bei den anderen draufhau, tut's mir nicht weh! Hahahaha! 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 Voll weg penetriert, Alter! Hilarisch! Alles das klar steckt in de Scheibe fest! Aaajooo! Wer kenn's nichʿ! Steg's einfach jemanden in de Scheibe rein! Hahahaha! Die Hey Moths! Dieser Kackbohn schlägt seine Frau! Waaas?! Tötet ihn da! Ach so! Jetzt versteh' ich das! Die wissen gar nicht, dass sie ner Boxerin ist Und die denken jetzt der schlägt die... Hahaha! Hahahaha! Voll dumm, Alter. Das ist so krass. Jetzt habe ich es kapiert, Mann. Scheiße.